Was bedeuten diese Definitionen? Das könnte man sich jetzt erfragen. Wir könnten am besten ein Beispiel nehmen, oder? Genau, nehmen wir vielleicht ein Beispiel. Nehmen wir ein Beispiel von einer Menge, die vielleicht kein Maximum hat, aber ein Supremum. Dafür gucken wir zum Beispiel mal die Menge aller x an, die aus R sind. Für die gilt, dass x kleiner ist als 1. Echt kleiner nennt man das. Also alle x, die unter 1 liegen. Kein x darf 1 sein in dieser Definition. So, dann haben wir auf jeden Fall... Na gut, erst mal schreiben wir an, was wir zeigen wollen. zeigen, dass m ein Supremum besitzt, aber kein Maximum. Zunächst zu der ersten Aussage, dass m ein Supremum besitzt. Na ja, dazu wählen wir das Supremum vielleicht einfach durchs Hinsehen, die kleinste obere Schranke. Die kleinste Zahl für die gilt, dass x auf jeden Fall kleiner ist. Also für alle, dass alle x aus m kleiner sind als diese Zahl. Die ist gerade, wir sehen oder wir behaupten, dass das Supremum von m gleich 1 ist. Na ja, das wollen wir beweisen. Dazu können wir uns ja erstmal anschauen, wie dieses m aussieht, denn das sind alle x, die kleiner sind als 1. Das heißt, das Supremum vom m ist auf jeden Fall eine obere Schranke. Wir möchten also nur noch zeigen, 1 ist auf jeden Fall eine obere Schranke. Wir möchten nur noch zeigen, dass 1 auch die kleinste obere Schranke ist. Warum ist es die kleinste obere Schranke? Na ja, schauen wir uns an, das ist jetzt eine Beweisidee, nehmen wir einen Beweis per Widerspruch. Wir könnten uns ja anschauen, okay, wir nehmen eine obere Schranke, die kleiner ist als 1 und wollen das zu einem Widerspruch führen. Bedeutet, wenn wir das gezeigt haben, dass m auf jeden Fall keine kleinere Schranke besitzen kann. Denn wir haben ja eine kleinere Schranke gewählt, vermeintlich kleinere obere Schranke. Aber diese kleine obere Schranke führt zu einem Widerspruch, das heißt, sie ist keine kleinere obere Schranke als unser 1. Und das bedeutet, unser 1 ist ein Supremo, ist nämlich die kleinste. Das heißt, wähle, wir nehmen an, dass y kleiner als 1 eine weitere. obere Schranke ist. Na ja, was haben wir denn? y kleiner als 1 bedeutet, y ist auf jeden Fall in m. Das heißt, y ist in m. So, jetzt ist ja vielleicht auch zwischendurch nochmal die Frage, wo wollen wir jetzt den Widerspruch finden? Ja, den Widerspruch finden wir dann, wenn wir zeigen, dass das keine obere Schranke ist von m. Und hier ist in der Beweisführung vielleicht eine kleine Unannehmigkeit in der Reihenfolge. Aber es ist kein Problem, das kriegen wir auch hin, da sind wir in der Mathematik, da darf man auch sicher manchmal ein bisschen improvisieren. Und wir haben ein y-Element m und wir wollen jetzt zeigen, dass das hier keine obere Schranke ist. Also, dann ist y' und was machen wir jetzt? Nein, wenn ein y' das zwischen y und 1 liegt, das finden wir, weil die reellen Zahlen überabzählbar sind. Das könnt ihr euch vielleicht in anderen Videos oder Definitionen angucken. Dann ist y' mit y' gleich, okay, was nehmen wir? Wir nehmen vielleicht den halben Abstand zwischen 1 und y. 1 minus y halbe und das ist gerade genau, wir müssen also 1 minus 1 minus y halbe wählen. Das heißt, 1 minus dem halben Abstand von y zu 1, wo wir dann genau eben zwischen 1 und y liegen. Also, wir nehmen sozusagen hier das y an, hier ist die 1 und wir wählen hier ein y'. Ja, das können wir umformen zu dem Bruch hier auflösen, also 1 minus 1 halb. Das ist ein halb und dann 1 minus, also minus minus y halbe plus y halbe. Und dieses y', das ist jetzt, naja, größer auf jeden Fall als y. Also, so haben wir das definiert und das können wir auch hier zeigen. Das ist auf jeden Fall, wie machen wir das am besten? So, also, wir können das hier erstmal abschätzen, y halbe, können wir abschätzen durch 1 halbe, weil wir ja y kleiner als 1 hatten. Das heißt, wir haben, das ist kleiner als 1 halb plus 1 halb und das ist gleich 1. und wir haben, dass y' größer als y ist da, naja, wir können die Definition für y' einfach mal einsetzen, da 1 minus 1 minus 1 durch y, größer als y, äquivalent ist zu 1 halb plus y halbe plus y ist größer als y. Jetzt können wir das auf die, also, wieder, wie hier oben, jetzt können wir das y halbe auf die andere Seite tun und haben hier stehen, dass 1 halb ist größer als y halbe und das ist korrekt. So, bedeutet, wir finden jetzt ein y', das größer ist als y, ähm, das heißt, y' ist in n und y ist kleiner als y', ähm, was bedeutet, y' ist, dass y' keine obere Schranke sein kann. Na ja, warum ist es jetzt keine obere Schranke? Wir haben eine obere Schranke definiert als, es muss größer sein als alle x für x in m. Jetzt haben wir sozusagen aber ein x, das wir hier y' genannt haben, das in m liegt, das aber echt größer ist als unser y. Das heißt, diese Gleichung hier ist nicht erfüllt, das bedeutet, dass dieses y keine obere Schranke ist. Ähm, und hier haben wir also einen Widerspruch, denn wir haben ja behauptet, dass y eine weitere obere Schranke ist. So, das bedeutet, 1 ist die kleinste obere Schranke. Das bedeutet, 1 ist die kleinste obere Schranke. Also auch das Supremo von m. So, ähm, zu dem anderen Teil des Beweises, nämlich, dass die Menge kein Maximum besitzt. m besitzt ein Maximum aus der gleichen Argumentation, ähm, ähm, dafür für jedes x aus m ein, ich möchte gucken, dass wir die Variablen nicht doppelt legen, ein y' aus m, finden, mit y' ist gleich 1 minus, und das, was wir gerade eben getan haben, nämlich 1 minus x halbe, so dass y' größer als x ist und auch zu diesem y', auch das könnten wir jetzt wieder rekursiv hier einsetzen. Und wir würden immer noch ein y' vielleicht strich, 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 strich finden, das immer noch größer ist, als y' strich, strich, und immer noch in dieser Menge liegt. Das heißt, in m liegt. Das heißt, wir finden zu jedem Element der Menge ein Element in der Menge, das auf jeden Fall größer ist. Das bedeutet, ähm, x kann kein Maximum sein, und damit kann kein x aus m ein Maximum sein. Also besitzt m kein Maximum, wenn kein x aus m ein Maximum sein kann. Und in diesem Schritt hier würde ich vielleicht einfach nochmal ein kleines Sternchen machen, und auf unsere schöne Rechnung, die hier unten steht, verweisen, die nicht hier unten steht, sondern hier oben. Und damit sind wir fertig. Ja. 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 Ja.